Das möchte ich mir jetzt gerne nochmal ansehen. Was hat Champion Joe denn da zusammen gebastelt? Der Gute. Endlich spricht Kunos über AC2. Okay. War extrem lange still um Assetto Corsa 2. Zu still. Aber jetzt gab es ein neues Interview mit Marco Maseruto of Race Department. Das ist der Executive Manager von Kunos Simulationen, die Macher hinter Assetto Corsa. Und der hat ein bisschen über die Nordschleife in ACC gesprochen, aber auch ein, zwei Aussagen über Assetto Corsa 2 getätigt. Und die schauen wir uns heute gemeinsam an. Ich gebe meinen Senf dazu und dann schauen wir mal, ob wir da was draus lernen können. Da ist... Okay. Eins war aus, aber... Der Artikel, geschrieben von Thomas Harrison Lorde. Cooler Typ. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr auschecken und auch selber durchlesen. Seine Schreibe ist manchmal ein bisschen schwierig. Also das Englisch ist manchmal ein bisschen hochgestochen, dann, falls ihr gar nicht hinterherkommt, rechtsklick und dann einfach übersetzen in Deutsch. Dann kriegt ihr das Ganze auch in Deutsch, wenn auch natürlich Google-Übersetzer-Style. Und hier stehen einige interessante Sachen drin. Vor allem natürlich über Assetto Corsa Competizione. Wie es zum Nordschleife-DLC überhaupt kam. Dass jetzt eben die Nordschleife auch Teil der GT World Challenge ist. Und dann man sich ganz spontan dazu entschieden hat, Hey, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Strecke für Assetto Corsa Competizione umzusetzen. Dann machen wir das jetzt auch. Was natürlich Auswirkungen auf die Entwicklung von Assetto Corsa 2 hat oder hatte. Denn Assetto Corsa 2, wie viele wissen, hätte ja eigentlich schon im Q1 rauskommen sollen. Also jetzt quasi oder im Frühjahr. Also wahrscheinlich wäre der 1. April vielleicht der Assetto Corsa 2 Release Tag gewesen. Stattdessen kommt es jetzt im Sommer. Das ist die einzige wirklich offizielle Info. Moment, von wann ist das? Von vor zwei Tagen. War nicht Q4... Warte mal kurz. War jetzt nicht von Q4 die Rede, dass das Q4 kommt? Oder bin ich jetzt auf der falschen Spur? Wir gehen mal ganz kurz gucken. 30. Juni 2024 soll das stattfinden. Okay, dann war ich da auf dem falschen Trichter. ...die wir zu Assetto Corsa 2 haben, beziehungsweise hatten. Denn wenn wir hier noch ein bisschen runterscrollen, dann kommen wir zu dem Bereich The Second Assetto Corsa. Und hier sind ein paar Aussagen von Maseruto drin, die wirklich interessant sind. Und wo es sich vielleicht auch mal lohnt, ein bisschen näher darauf einzugehen. Wir lesen jetzt einfach mal von oben durch und dann, wie gesagt, gebe ich meinen Senf dazu oder meine Gedanken dazu. Once that is released, speculation is then set to ramp up for the launch of Assetto Corsa 2, listed in the Studio Owners Digital Bros Half-Year Earnings Report this week as scheduled for summer 2024. Also, Assetto Corsa 2 ist geplant für den Sommer 2024. Hier steht es nochmal. Das ist aber auch ein komischer Release. Im Sommer 2024? Im Sommer sind doch viele Leute draußen. Oh. Wie gesagt, sobald die Nordschleife raus ist... Oder es ist ein 5-Head-Move, weil es im Early Access rauskommt, dass noch nicht so viele Leute da reinschauen? Eventuell? Geht der Blick eben auf das. So wird's laufen. It remains something that Publisher 505 Games and Maseruto are extremely tight-lipped about. Also, die sprechen da noch nicht so gerne drüber beziehungsweise lassen noch nicht so viele Informationen raus. Deswegen sind wir auch nur noch drei, vier Monate vom vermeintlichen Assetto Corsa 2 Release entfernt und trotzdem wissen wir gar nichts über das Spiel. Aber, wie gesagt, hier gibt's jetzt drei Mini-Aussagen, wo wir vielleicht ein bisschen was lernen können. To be briefed, the codename, das ist jetzt erstmal egal, that was given to competition was wrong. Also, dass Assetto Corsa Competizione in den Files und so auch oftmals Assetto Corsa 2 hieß, ist falsch. Es ist Assetto Corsa Competizione und Assetto Corsa 2 wird auch der Name sein vom neuen Spiel. So wird's rauskommen. Und das eine hat mit dem anderen recht wenig zu tun. Hä? Okay. Warum pickt man sich so einen Satz aus? Okay. Hä? Das ergibt für mich gerade keinen Sinn. Also, eigentlich wird's Assetto Corsa 3. Naja, dass wir Assetto AC2 drin haben in den Files, war wahrscheinlich einfacher zu programmieren. Aber es soll jetzt Assetto Corsa Competizione hat doch nicht mit AC2 oder Assetto Corsa dem Nachfolger zu tun. Ist das okay? Denn the new Assetto Corsa is going to follow what we did with Assetto Corsa 1. Das ist eine sehr, sehr spannende Aussage, wie ich finde. Da kann man schon zumindest zwischen den Zeilen ein bisschen was rein interpretieren. Denn was hier konkret gesagt wird, ist, dass Assetto Corsa 2 so sein soll wie Assetto Corsa 1. Klar, es wird nicht das gleiche Spiel sein. Dann bräuchten sie kein neues machen. Es wird schon einiges sich verändern. Aber im Herzen, im Kern, wird Assetto Corsa 2 ein Spiel wie Assetto Corsa 1. Wie ich das verstehe ist... Ja, aber warum sollten sie denn zum aktuellen Zeitpunkt Assetto Corsa Competizione 2 rausbringen? Das würde doch gar keinen Sinn ergeben. Weil die meisten Fahrzeuge sind drin. Dieses Jahr wird kein weiteres Fahrzeug mehr dazukommen. Eventuell Pi mal Öre, vielleicht der Mustang, aber Aston lässt noch auf sich warten. Also es würde ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben, dass sie jetzt Assetto Corsa 2 rausbringen. Äh, Assetto Corsa 2 Competizione. Assetto Corsa Competizione 2, so. Man wird in Assetto Corsa 2 auf jeden Fall verschiedene Fahrzeugklassen haben. So wie es im ersten Spiel eben auch war. Also wir können auf Straßenfahrzeuge zurückgreifen. Wir haben ein paar Hillclimb-Fahrzeuge vielleicht dabei. Eventuell wird es dann auch noch erweitert in Richtung Schotter, Off-Road und solche Sachen könnte ich mir gut vorstellen. Als nächster Schritt noch. Aber alles, was wir in Assetto Corsa 1 hatten, an diese große Vielfalt an verschiedenen Fahrzeugen, auch bevor Modding überhaupt ein Thema war, das können wir, glaube ich, von Assetto Corsa 2 auch erwarten. Dass man eben mal auf der Autobahn fahren kann, aber auch ein Ründchen über die Nordschleife mit einem Straßenwagen, mit einem Rennwagen oder mit was auch immer. Und ich glaube, da haben die beiden Spiele auf jeden Fall mit der Aussage ihre Parallelen. Und dann natürlich der Elefant im Raum. Modding, das könnte auch hinter der Aussage stecken, dass Assetto Corsa 2 so wird wie Assetto Corsa 1. Dass auch im neuen Spiel Modding eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, Kunos wäre auch ziemlich dumm, wenn sie das nicht machen würden. Weil warum haben sie es bei Kompetitionen nicht gemacht? Weil halt eben diese offizielle Lizenz dahinter steht. Es sollte ein offizielles Spiel der GT World Challenge werden. Und das haben sie auch gemacht, das haben sie geliefert. Da kannst du nicht anfangen, noch was weiß ich für hunderte Mods von sonstigen Leuten reinzubringen. Das ging einfach rein rechtlich schon gar nicht. Bei Assetto Corsa 2 haben sie die Freiheit wieder. Und ich glaube, die werden sie sich auch nehmen. Das ist doch das Schlaueste, was sie machen können, wegzugehen von der Lizenz. Lizenzspiele sind meistens nicht so geil, weil die nicht offen sind. Gerade nach AC1 war das nicht so clever, ehrlich gesagt. Wobei, was heißt nicht clever? Das kann man so auch nicht sagen. Es ist immer noch eins der populärsten Simulationen, die es gibt. Also das ist auch wieder eine sehr unüberlegte Aussage. Sagen wir mal so, sie haben sich sehr limitiert. Trotzdem ist es gut geworden und auch erfolgreich. Aber sie haben sich limitiert nach AC1. Bei AC1 war ja wirklich ein Brecher mit der Möglichkeit, alles mögliche Zeug da reinzuholen. Ich meine, du konntest mit dem Klavier-Nordschleife fahren. Also jetzt mal völlig übertrieben. Denn Modding hat ja Assetto Corsa 1 erst zu dem gemacht, was es heute ist. Ja, Assetto Corsa 1, der Base-Content ist schon auch ziemlich cool. Kann man sehr viel Spaß mit haben, definitiv. Aber das, was Assetto Corsa groß gemacht hat, sind eben die Mods. Und was es auch am Leben erhalten hat über viele Jahre. Und was Kunos auch richtig viel Geld gemacht hat. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das heißt, Assetto Corsa 2 mit Modding ist nicht bestätigt. Aber mit der Aussage kann man das zumindest schon so ein bisschen reininterpretieren, dass es eventuell auch dort einen Modding-Support geben würde. Und ich glaube, das ist auch ultra wichtig. Denn wenn du die Assetto Corsa 1-Spiele davon überzeugen möchtest, zu wechseln zum neuen Spiel, dann musst du ihnen diese Bühne auch geben. Ja, am Anfang wird es keine Mods geben. Das liegt in der Natur eines neuen Spiele-Releases. Aber wenn es die Möglichkeit gibt für Mods, wird die Assetto Corsa 1-Community das auch mal ausprobieren. Und wird Mods bringen für Assetto Corsa 2. Und dann wird es eine Übergangsphase geben. Vielleicht ein, zwei Jahre, bis dann Assetto Corsa 2 an dem Punkt ist, wo 1 auch jetzt ist. Erstmal muss das aus dem Early Access raus. Also erstmal muss ja der Early Access geschafft werden. Das ist ja erstmal die höchste Priorität. Weil bis dato hat man noch nichts davon gehört, ob es jetzt doch voll wird. Was die Vielfalt der Mods angeht, die Größe der Mods angeht. Und dann werden immer mehr Leute wahrscheinlich den Sprung auf die andere Sim wagen. Falls es keine Mods geben wird, dann wird der Übergang extrem schwierig. Und deswegen glaube ich auch, ist es eine hohe Priorität für Kuno Simulationi. Und vielleicht etwas, das man hier rein interpretieren kann. Ist natürlich alles keine Fakten, sondern wir haben halt nur diese drei Aussagen hier. Mehr gibt es nicht. Deswegen nimmt das alles mit ein bisschen hier Grain of Salt, wie man im Englischen sagt. Und dann gibt es noch die, ja eigentlich zweite Aussage. Die erste ist ja ein bisschen nichts. Die hier ist ganz gut. Und dann gibt es die hier noch von Maseruto. Es ist nicht nur ein Nachfolger. Es ist viel, viel mehr als Assetto Corsa 1. Es ist kein Spin-Off wie Competizione. Also er selbst sagt, Assetto Corsa Competizione war ein Spin-Off. Na gut, aber dann braucht man ja auch keine, also dann könnte man ja einfach weiterhin DLCs bringen. Das ist ja nur eine logische Konsequenz, die dort genannt wird. In ein bisschen schöner ausgesprochen, also in schöneren Worten ausgedrückt. Wir machen einen zweiten Teil. Logischerweise ist es mehr als AT1, weil sonst braucht sich ja AC2 keiner kaufen. Der Hauptserie, was es ja auch faktisch ist, mit dem Fokus auf die SRO GT World Challenge. Und Assetto Corsa 2 geht zu den Wurzeln zurück, so wie Assetto Corsa 1, wird aber viel, viel größer, viel, viel mehr haben. Und das lässt so ein bisschen Spekulationsspielraum, dass wir mehr Spielmodi erwarten können. Ich für mich persönlich finde, dass Assetto Corsa 1 viele Inspirationen zieht aus Spielen wie Gran Turismo. Ja, dieses, okay, ich fahre mal mit einem Straßenwagen, ich fahre mal mit einem Rennfahrzeug, ich fahre mal mit was Verrücktem auch. Auf ganz vielen verschiedenen Strecken und Race da gegeneinander. So ein bisschen die K-Kultur auch abzufeiern. Ich glaube, die DNA hat Assetto Corsa 1 auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Assetto Corsa 2 da viel Insubiration auch aus GT7 oder anderen Teilen ziehen wird. Und wir eventuell mal einen bisschen dichteren Karrieremodus erwarten können. Das wäre zumindest ein Wunsch von mir. Es gab auch mal Gerüchte schon, dass Assetto Corsa 2 Open World wird. Und man fährt dann da rum zu bestimmten Missionszielen und so. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob es das... Und das alles aus einem Satz? Moment. Das muss ich nochmal für mich, äh, muss ich nochmal für mich nach... Alles? Wow. ...den Spekulationsspielraum, dass wir mehr Spielmodi erwarten können. Zu den Wurzeln zurück, so wie Assetto Corsa 1. Wird aber viel, viel größer, viel, viel mehr haben. Und das lässt so ein bisschen Spekulationsspielraum, dass wir mehr Spielmodi erwarten können. Ich für mich persönlich finde, dass Assetto Corsa 1 viele Inspirationen zieht aus Spielen wie Gran Turismo. Ja, dieses, okay, ich fahr mal mit dem Straßen... Man muss dazu sagen, also es wird ja auch ganz klar deklariert und das hier ist an der Stelle überhaupt gar keine Kritik. Es ist ja mehr oder weniger ein Wunsch beziehungsweise eine Spekulation. Aber aus diesem Satz spekulieren... Also würde ich persönlich nicht das raus spekulieren. Das ist ja mehr schon... Ja, es ist Wunschdenken. ...Wagen, ich fahr mal mit einem Rennfahrzeug. Ich fahr mal mit was Verrücktem auch auf ganz vielen verschiedenen Strecken und Race da gegeneinander. So ein bisschen die K-Kultur auch abzufeiern. Ich glaube, die DNA hat Assetto Corsa 1 auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Assetto Corsa 2 da viel Inspiration auch aus GT7 oder anderen Teilen ziehen wird. Und wir eventuell mal einen bisschen dichteren Karrieremodus erwarten können. Das wäre zumindest ein Wunsch von mir. Es gab auch mal Gerüchte schon, dass Assetto Corsa 2 Open World wird. Und man fährt dann da rum zu bestimmten... Alter, wo kommt denn das... Wo kommen diese ganzen Sachen her? In welchen Formen muss man sich denn rumtreiben? Holy moly! Missionszielen und so. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob es das tatsächlich sein wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einen etwas tieferen Karrieremodus gibt. Wo man verschiedene Autos freispielt. Indem man Challenges bestreitet. Rennen gewinnt, etc. Und sich da langsam hocharbeitet. Also wir ein bisschen mehr Gamification für die Singleplayer-Basis da bekommen. Was mich sehr freuen würde. Also ich hätte da Bock drauf. Und ich glaube auch für den YouTube-Channel wäre das richtig geil. Weil man natürlich da auch coolen Content machen kann. Aber auch hier bleibt natürlich abzuwarten. Aber die Aussage lässt auf jeden Fall schon hoffen, dass Assetto Corsa 2 nicht nur ein Hauptmenü wird, in dem man ein Auto, eine Strecke auswählen kann. Und dann vielleicht ein Rennen gegen die KI fahren oder Hotlappen. Vielleicht sich noch auf irgendwelche Online-Server schmeißen. Also ich glaube nicht, dass Assetto Corsa 2 tatsächlich so auf den Markt kommen wird, wie in Lemo Ultimate. Also quasi nur auf das Nötigste beschränkt. Sondern ich glaube, wir können hier schon ein bisschen mehr... Was wollen Menschen denn von der Simulation? Also was willst du von einem Rennspiel, was ein Rennspiel ist, wo du Rennen fährst, mehr als Hotlappen, Singleplayer, Multiplayer, Rennfahren. Im Kreis, auf einer Rennstrecke. Was möchte man denn mehr? Also möchte man das schön aufgepauscht haben, wie in Gran Turismo 7 mit Super 4 Story und den ganzen Pipapo? Weil dann an der Stelle müssen wir Budget wegschneiden, was die Firma wahrscheinlich gar nicht hat. Also schaut euch mal, nur mal so, schaut euch mal Vorzahlen. Schaut euch mal Gran Turismo an. Die Dinger sind alle mit... Also was heißt alle? Die beiden Spiele sind sehr schön aufgearbeitet und erzählen dir eine Geschichte. Diese Firmen, die dahinter sitzen, sind milliardenschwere Unternehmen. Milliardenschwere Unternehmen. Also da steckt richtig viel Zaster dahinter. Und selbst die kriegen es nicht hin, obwohl sie es nicht mal hinkriegen müssen. Es ist auch nur Simcade in mehr Richtung in Arcade. So, jetzt hast du hier wieder eine... Also was soll da drinnen sein? Es gibt keine einzige Simulation. Und wir reden hier von der Simulation. Simulation, die auf der Strecke, die auf der Strecke dir wirklich gute Physik vermittelt. Wo das drinnen ist. Und das hat auch seinen Grund, warum das da nicht drinnen ist. Weil da geht es um Rennfahren. Also ich finde es schon... Also überhaupt, es ist gar keine Kritik, aber ich finde es sehr interessant, was so aus drei Sätzen... Also das ist ja schon aus drei Sätzen so eine gewisse Wunschvorstellung, die da entsteht. Ich weiß nicht, ob es am Ende dazu kommen wird, dass es dann eine Enttäuschung wird, wenn das nämlich genau nicht geboten wird. Weil wirklich mal rein realistisch gesehen, plain and simple, rein realistisch, AT1, AT2, Menü aufmachen, Zeit fahren, KI-Rennen, Online-Rennen. In zwei Games. Period. Hat Kunos jetzt, oder 505, hat das in zwei Dingen gemacht. So, jetzt kommt Le Mans. Das wird verschoben. Man kann aktuell auch, würde ich mal sagen, wenn man sich das anschaut, sehen, dass sie ein bisschen auch Schwierigkeiten haben momentan. Zumindest was Kommunikation nach außen angeht. Dann kann ich mir das doch gar nicht wünschen. Also das ist doch schon vorprogrammiert, dass es eine Enttäuschung wird. Das ist echt krass. Wir erwarten natürlich die Erwartungshaltung nicht zu hoch stecken. Es kann natürlich trotzdem ein Early Access Release werden mit wenigen Autos und wenigen Strecken und vielleicht noch nicht allen Features. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da viel geplant ist und dass das auch alles Hand und Fuß haben wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. Aber so wie bei... Ja und genau das... Okay, okay, okay. Und genau das hat doch jetzt 505 in den letzten Monaten beziehungsweise im letzten halben Jahr, im letzten Jahr gezeigt, dass genau das, da sollte man noch den Ball dann auch flach halten. Aktuell. Bei der ersten Sage auch viel Interpretationsspielraum. Leider noch sehr vage die Aussagen. Deshalb, was glaubt ihr? Was meint Masaruto mit seinen Aussagen? Much, much more. Was könnte das bedeuten? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Ich für meinen Part hoffe natürlich, dass es Modding-Support geben wird, dass es einen VR- und Triple-Screen-Support geben wird, der auf Performance ausgelegt ist. Also natürlich hübsch aussehen, so als auch. Aber Performance steht natürlich über der grafischen Gewalt. Auch wenn ich mir trotzdem eine neue Grafik-Engine erhoffe, die eben auf dem, was Assetto Corsa 1 hatte, aufbaut. Eine Grafik-Engine, die einfach für Racing ausgelegt ist und auch ihre hübschen Momente hat. Und dann natürlich ein nachvollziehbares FFB, das sich gut fahren lässt, das Spaß macht auf der Strecke. Das sind für mich die wichtigsten Punkte. Aber mehr Informationen zu AC2 haben wir aktuell noch nicht. Sobald ich irgendwas Neues sehe im Internet oder irgendwie vielleicht direkt über Kunus an Informationen rankomme und sie öffentlich machen darf, dann teile ich das gerne mit euch. Und in zwei Wochen kommt ja das ACC-DLC raus, das Nordschleife-Pack. Und da bin ich bestimmt auch wieder irgendwie mit involviert. Also wenn ihr da Content zu sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und gerne auch ein Like hier auf dem Video, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr es nicht abwarten könnt, dass Assetto Corsa 2 mit dem coolen Karriere-Modus kommt, gibt es einen coolen Karriere-Modus für Assetto Corsa 1. Den habe ich euch jetzt hier verlinkt. Aber das war es für heute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran. Ihr seid alle Champions. Ciao. Ciao, Kakao. Danke. Hild. Was meinst du aus drei Sätzen? Aber jetzt kann ich auch durchaus nachvollziehen, wo gewisse Vorstellungen herkommen. Weil, also, wenn solche, also ich meine, wisst ihr, Content-Creator-Dasein ist immer, man versucht so viel Content zu machen, wie es geht. Und auch so aktuellen Content, so viel aktuellen Content, wie es geht. Also das Ding ist, er könnte jetzt eventuell, pass auf, und das ziehe ich jetzt aus dem, was er am Ende gesagt hat, dass Champion Joe scheinbar, zumindest macht es den Eindruck nach der Aussage, eventuell zu Kunas irgendwelchen Kontakt hat und da mehr weiß als wir. So. Das ist aber, also, das ist ja im Grunde genommen, was wir gerade gehört haben, schürt oder knüpft so viele, knüpft so viele Hoffnungen an Dinge, die vielleicht gar nicht eintreten können, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht eintreten werden. Das ist halt echt schon wild. Aus drei Sätzen. Also entweder ist da wirklich sehr viel Hintergrundwissen mehr vorhanden, was du dann so natürlich nicht ausdrücken kannst, weil, logischerweise, das nicht nach außen getragen werden soll. Aber das, also, ich tue mich damit schwer, so, das so rosé, ja, rosé könnte man schon sagen, so, nee, so rosig auszukleiden. Aber gut, jeder darf ja seine Wünsche selbstverständlich haben und auch sich etwas wünschen. War das schon krass? was er, so nur auf der wir sehen, Du bist ja, das ja, Vielen Dank.